und zusammen so da geht es direkt an die banditen ich glaube zwar ich hätte gar nicht erst erst die aufnahme starten sollen wenn wir im kampf sind jetzt dauert es wahrscheinlich wieder ewig ich halte noch mal da sind wir wer ist denn als erstes der da ganz oben ganz hinten und dann da und so ein spinner leid sauer bärbel schaden halbiert okay warte mal wo ist denn die sind nicht der ist jetzt auch nicht doch hier irgendwo ein meiner wer kämpfer sind meine leute alle hin sag mal ach hier hinten und die da denn die hocken hier in der luft wenn das spiel gleich mal nicht crasht ne weiß ich auch nicht so idee ist nämlich erstmal alle da hinten weg nehmen gute lade hier guck mal du sollst nämlich da hin getauschen den anpickern hier hinter warten dann rennt er in die falle und kriegt auch noch pfeile von der seite irgendwie so gut Patrick sonst noch jemand hier hinten tatsache der hat jeder angriff auf eine einheit ohne rüstung bewirkt eine blutung guck mal smithers lassen sie die hunde los auf den muss ich also warten laohal ist hier auch noch auch noch bei so pass auf ich gehe es hier mal hoch was dann wiegt es wie läuft es dahinter so ja mal gucken ob es was bringt da hinten ist noch ein Bogenschütze jetzt mal dahinter gehen so natürlich auch hier durchflitzen da irgendwie rein das bewegungstempo verringern sehr geil alle verlangsamt schön mit zwei Händen da durch ok der hängt oben im Gebüsch oh 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 blöde Sau der ist gleich dran der nicht ne den da oben kannst du eigentlich mal holen ach krass bei der zweiten Axt schon direkt zerlegt tot rausgeschlittert und abstand wird dann ganz schön probleme bekommen ich muss ja nicht gleich irgendwie mal drum kümmern schütze und warte mal ich hab doch hier wo ist denn blau hall ach Katja kommt um mich hoch auch nicht hoch rennst du da einfach mal hoch hoch der war gut wieder wieder Autsch Autsch das könnte tatsächlich noch ziemlich knackig werden das könnte tatsächlich noch ziemlich knackig werden der ist gleich dran da ist die Rüstung kaputt da auch schütze schütze das könnte so schütze 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 Also kritische Teufel garantiert, wenn das Ziel bereits mit einem Verbündeten kämpft, okay. Und? Hat geklappt. Das ist garantiert kritisch. Der ist dran, der ist dran. Oh, 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 oh. Gut, Gewalt. Das ist gerade ganz schlecht. Da gleich noch Bogenschütze draufschießt, dann war's das für ihn. Ach, schade. Raus mit deinem Gesicht. Okay, bleib stehen da. Warum auch immer. Los, Bonny, Attacke. Oh, 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 oh. Rederreden. Fehler nur. Da muss ich nur mal gucken, was das auf sich hat. Keine Ketten. Und? Trittlin tot, ne? Boah. Kampf, Neubeginn. Ich, Idiot. Boah. Es war aber echt selten, dass da meine Leute irgendwie mal sterben. So. So. Jedenfalls ziehe ich die hier alle wieder runter. Wie ne Lade. So, mit dem Pommes-Peaker kommt's jetzt mal doch auf die Unterseite hier. Hört sich. Hört sich. Hört sich. Okay. Das ist hier echt, weil wir mal nicht tauschen Das ist hier mit Guter und großer Reichweite Schau mal hier, die Bären mal die Bogenschütze im Nahkampf haben wir denn Schon fast kaputt Ach schade, ich dachte, er kehrt den eigenen hier noch In den Kampfer wickeln Geil, friendly fire Ja, I thank you, aber sowas von Sehr geile Nummer So, Teddybären, weiter nach vorne Ach shit Die hängt jetzt hier noch Ach scheiße Ist natürlich ganz schlecht Okay, die machen wir dann zum Schluss Oh nee, warte mal, genau Nach vorne Hier hinter Und ran Und die da hochrennt, ist auch direkt Schluss Ja egal Wieder zwei weniger Hier 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 Oh. Das war's für heute. Was? Sehr gut. Scheiß was auf die Bogenschütze. Ups. Das war doof. Das war richtig ouchig. So, aber ich habe hier irgendwo noch... Ah, Mist habe ich nicht. Ach weh, bleibt stehen? Oh, sag ich auch nicht, nein. Ab nach oben. Oh, shit. Jawoll! Ist das Schwert direkt in den Bauch? Fiet hat den Eigner getroffen. Ehrlich. Ah! Ah, okay. Oh. Ah! 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 Ich habe gedacht, hier eigentlich mit dem Rauchschleier zu kämpfen, aber lohnt sich alles nicht. Die Trittlinie ist ja auch noch dran, sag ich mal. Schaden, Gift, egal. Er flitzt einfach mal durch. Auch 93. Die hauen echt gut rein, die Jungs und Mädels hier aus meinen Trupps. Federer. Gefressen. ... ... ... ... und rein in den Pfeil sehr schön schade, bringt glaube ich nix müssen wir uns mal sparen an der Stelle nix da, ich würde mich abgehauen schade 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 Appl Hut nur noch zwei ist sie denn leider nicht die letzten beiden ich komme da gar nicht zurück so der letzte das war's knöchelnder Glücksbringer und wieder Goldzahn rausgekloppt ok direkt der nächste Kampf ja komm warum nicht säubern wir den Wald hier so nochmal Waldkampf hier 1,2,3 Bogenschützen alle auf der Seite ungern ehrlich gesagt es sei denn Gululades auf der anderen Seite von denen hätte ich meine Bogenschützen lieber alle hier unten hier oben hier oben wieder welche im Gebüschwald wo auch immer da ist eine Grunelade mit zwei Schweinchen ok auf geht's der ist zuerst dran ich überlege gerade ob ich mir noch zwei Wölfe hole der bleibt einfach stehen da oben der was nicht wusste ich habe doch da ist er der Bogenschütze oh vorbeigeschossen den anderen zerfetzt jetzt du meinst das ist so clever dich mit einem Bär anzulegen das ist so clever das ist so clever du meinst das ist so clever du meinst der muss einmal kurz hoch so eine so eine Lade den einmal rauspixen und dann hier das ist so clever von 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 Okay. die bärchen erst mal ihr hier noch 40 und fang ihn mal ein dann haben wir zwei wölfe das ist auch ein alphaner okay warten wir noch mal kurz mit dem auch dann haben wir dann hier oben noch Ponylein so hier ist noch werbel ist auch ein alphaner der kommt hier aber gleich noch hoch und rein geflitzt hoffe ich natürlich auch den alphaner kurz weglatschen oder auch nicht so sitz, aus, platz sehr schön im ersten Fall schade kein zweiter 89% noch ein alphan wir fangen geil ok ok er hätte eberhard angreifen können hat sich gemacht ich bin aber eigentlich hier unten haben jetzt mal den wolf hier wegschloppen gut Patrick ein bisschen nach vorne und hier schon mal platzieren für nächste runde drückliegen kann eigentlich noch mal hinten rum und umschlag machen so in der wocht müsste der eigentlich in der mitte durchgerissen werden der wolf Okay wie noch neu ist das jetzt noch ne hier hoch und dann rüber wo muss ja einer der kommt auch noch da 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 Nächste Wunder! So, wer kommt denn als erstes? Der da. Und Tschüss. Da waren es schon mal zwei weniger. Ja, kann nicht mehr, ne? Okay, raus aus dem Radius. Hier oben hoch und rein in den Ball und Bohrung. Kippt. Okay, abstattet. Okay, los. Okay. So, Alpha. Oh, das war knapp. Verblutet. Woa. I'll punch and throw that in place. der hat gleich noch der da oben auch, das war noch ein eifer hier, ne? guck mal auch gefangen genommen sauber hau 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 Komm, vielleicht habe ich ja Glück und der läuft ja nach links runter. Äh, nein. Zielen und Schuss. Zielen und Schuss. Und nach links? Ja, wunderbar. Jawohl, Kriegspony. Hat die Runde beendet. So, Kadara, alles dabei. Sehr schön. Okay, wo war ich denn jetzt? Da Richtung Norden. Geht es aber nicht weiter, ne? Wo wollte ich denn jetzt überhaupt? Ultimative Waffe, ne? Richtung Süden. Guck mal, da flitzen wir nochmal eben hoch. Äh, runter. Was hat er hier? Rüstungshelder. Hm, vielleicht Geschicklichkeit 12. Abschlachtel. Geschicklichkeit 8. Werke. Schicklichkeit 12. Warte mal. Fehler nur. 20. Ach du Gott. Barcard 19. Gerun 20. Okay. Würde ich mal sagen, das lassen wir. Ja. Alter edoreanische Außenposten. Rinder. Lalit. Ich sag mir, als ich mir jetzt, um sie in der Grenze zu verkaufen. Moskitoschrüssel. 20. Okay, verlassen. Und ähm, ja, ich würd sagen, hier mach ich noch eine kleine Pause und, oder? Moskitoschrüssel. Irgendwie kommen. Zack. Zwei weg. Ah, das machen wir nochmal eben. Württelzubehör kann auch weg. Schmuckstück kann weg. Das ist Essen. Schmuckstück, Schmuckstück. Und mit runter. Löcherner Heizbringer. Gut. Zehn Holz rein in die Kiste. Die 20 Dinger werden wir gleich los. Über 1000 Zähne haben wir jetzt schon wieder zusammen. So. Kadaver. Essen. Ach guck mal. Den hätte ich noch verkaufen können. Und, äh, Eiferhund ist ein Level hoch. Mindestens drei Wölfe erhöht sich kritische Treffer dieser Einheit. Warte mal. Warte mal. Wolfgänge. Ne, guck mal. Tatsache. Ja. Verfassung. Tragkraft. Bewegung. Hit. Hit. Bewegung. Nächste Alpha. Oh, was haben wir da dann? Jedes Mal, wenn diese Einheit einen Gegner tötet, heilt sie sich um 50% ihrer maximalen Gesundheit. Diese Einheit wird um 30% ihrer maximalen Gesundheit und sämtliche Diebers werden entfernt. Wunden lecken. Wenn sie einen Gegner tötet, 50% Gesundheit. Ja, okay. Okay, und damit wird Owlins Fähigkeit auch richtig brutal demnächst. So, zweimal. Reparieren, reparieren. Dann haben wir hier gleich schon wieder Schweine als Gegner. Okay, dann koch mal zusammen, was wir zusammen kochen. Ich kann gar nichts. Kein Salz mehr. Ach du Scheiße. So, der ist auch gleich fertig. Zack, zack. Da ein rein. Sehr schön. Und erstmal raus. Wieder in den Grenzposten. Malit. Geben. Yes. Wunderbar. Und in dieser Streichhäuse wird es mir endlich möglich sein, das sumpfige Ultrin zu verlassen und weit weg den sonnigen Gosenberg zu ziehen. Der Donner der Moore gehört euch. Nehmt ihn. Ich bestehe darauf. Mit so einer Waffe kann ich mich in der Stadt nicht sehen lassen. Okay. Donner der Moore. Das ist eine fucking Fliegenklatsche oder was? Stärke 18. Das ist ein vernünftiger Reisende. Werden den Donner der Moore sein lächerliches Aussehen gerne verzeihen. Wesentlich ist er gegen Kardinalmoskitos erstaunlich effektiv. Zwei Handkeule. Probieren wir aus. Stärke 18. Stärke 35. Platzfertigkeit. Mal gucken. Mit dem Ziel 18 bis 16 Schaden zu. Wenn das hier ein Moskito ist, erhöht sich der Schaden um 1000%. Ach wie gut. Ist das geil. Auf jeden Fall. Warte mal. Wo ist er? Da mache ich mir einen Screenshot von. Zack. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß wieder. Bis gleich. Und tschau. Wir sehen uns im Letz riesen. scrutin Rose. Knier?